Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Jan Schlünfogt, 36, und seine Tochter Delia, 4, sind unzertrennlich. Bei Instagram postet der stolze Papa regelmäßig Fotos von sich und seinem süßen Nachwuchs und gibt Einblicke in sein Familienleben. Für seine Familie nahm der Schauspieler kürzlich erst fünfeinhalb Monate aus Zeit von der beliebten Vorabendserie GZSZ, für die er seit 2004 vor der Kamera steht. Seit Anfang des Jahres ist er wieder zurück am Set. Und dort dürfte jetzt auch Jörns Tochter nicht fehlen. In seiner Instagram-Story teilte der Fanliebling niedliche Schnappschüsse von der vierjährigen Delia an seinem Arbeitsplatz. Auf einem der Fotos sieht man die Kleine auf einer Bank am Tisch sitzen, hinter ihr an der Wand ein Schild mit der Aufschrift Gute Z. Vielen Dank für's Zuschauen!